Kennst du das Gefühl, auf der Stelle zu treten und nicht weiterzukommen? Du hast Ängste, Unsicherheiten, wenig Energie, keine Energie und einen Mangel an Mut, deinen vorherbestimmten Weg zu finden und ihn auch zu gehen. Speziell in turbulenten Zeiten wie diesen lähmt uns dies oft. Wir sind traurig und enttäuscht, wissen eigentlich gar nicht genau, woran das liegt und kommen einfach nicht in unsere Kraft. Oft folgt dann ein Aufschieben, Kompensationen, wir lenken uns ab, wir haben Angst vor Veränderung und auch einen Mangel an Vertrauen. Und die sogenannten Probleme überwältigen uns derart, dass wir immer wieder in alte, konditionierte Muster und Glaubenssätze fallen, die uns bremsen und aufhalten. Ich kenne das auch nur zu gut aus eigenen schmerzhaften und herausfordernden Zeiten in meinem Leben. Aber es gibt eine Lösung, wenn wir bereit sind hinzuschauen. Genau aus diesem Grund habe ich diesen Online-Kurs kreiert. Ich bin Stefan, seit 30 Jahren Personal Trainer, bin Heilpraktiker und arbeite außerdem seit über 20 Jahren als ganzheitlicher Life Coach. Es erfüllt mich, Menschen zu unterstützen, in ihre wahre Kraft zu kommen, in die Erfüllung und außerdem mit ihrem Spirit in Kontakt zu kommen und damit ins Vertrauen und in einen Lebensflow. Also ein reines Sein sozusagen, ohne eine Definition, wer du bist, sondern es geht wirklich darum, das zu sein, wer du bist, bevor eine Definition stattfindet oder stattgefunden hat. Lass es einfach geschehen. Denk nicht darüber nach, sondern sei einfach im Fühlen. Und danach gehst du jetzt nochmal mit der rechten Hand über den Kopf und fühlst den Identifikationspunkt mit deinem höheren Selbst. Du spürst deinen Atem, du spürst diesen inneren Raum, du gehst mit deiner Aufmerksamkeit nach innen und erlaubst dir dieses Gefühl, diese Emotion zu fühlen. Zieh nach oben, streck dich, bring die Wirbelsäule in die Streckung und atme beim nach unten gehen aus und beim nach oben gehen tief ein. Im Kurs begleite ich dich Step by Step mit Übungen zur Selbsterforschung, Meditationen, Blockadenlösungen und so weiter, um dich deinen Herausforderungen zu stellen, sie zu meistern, um endlich dein Potenzial erfüllend, lebendig, erfolgreich, vertrauensvoll zu leben und damit auf die Straße zu bringen.